Stell dir vor, du hast einen Wunsch frei und das Einzige, was du tun musst, damit er wahr wird, ist alles hinter dir zu lassen. Würdest du springen? Würdest du alles, was du kennst, eintauschen, um nach dem zu suchen, was das Leben dir beibringen könnte? Was andere Menschen dir beibringen könnten. Es gibt keinen Respekt für diesen großen, großen Körper der Wasser. Es gibt halbe der Öxigen, den wir breathieren, und wir ihn zerstören. Menschen schießen sie, sie schütteln sie, und wenn jemand auf der Seite der Straße ist, dann gibt es keine Person, der es versucht, zu helfen. Fingers crossed that it works somehow. Ich pray for that! Fuck! Ich wollte immer, dass am Ende, dass wir nicht dran kaputt gehen. Aber das sieht halt jetzt so aus. Es war einer dieser Momente, der dir so für immer im Kopf bleibt. Und es ist kein Scheiß, es ist wirklich so. Ich denke, wir müssen uns auf den Kopf gehen. Ich denke, wir müssen uns auf den Kopf gehen. Ich denke, wir müssen uns auf den Kopf gehen. Ich denke, wir müssen uns auf den Kopf gehen. Ich denke wir müssen uns auf den Kopf gehen.